Was? Ja. Hälfte Halo. Franschwein. Kennst du das? Ghost Visier. Ghost Visier. Nein. Ghost Visier. Mischung auf Ghost Visier. Oh, hier steht ja einer von uns. Tut mir leid, tut mir leid, Freundchen. Ja, du hast überlebt. Also offensichtlich ist die halbe Aufnahme jetzt komplett für den Arsch gewesen. Die halbe Ganze. Ja, stimmt. Nee, das zähle ich auch noch als andere Hälfte weiß. Nee, das ist ja auch als Walkthrough. Als Walkthrough. Ja, und wenn man sich Vollidioten im Hintergrund hört. Ja, das ist eine Behindert-Walkthrough. Warte mal, so machen wir mal die Nachtsicht aus. Nein, das sieht viel Atmosphärisch aus, schon mal so. Ja, die Farbe toll und so. Aber so sieht es über viel realistischer aus. Das ist eine kleine. Das ist eine kleine. Ja, das ist eine kleine. Das ist eine kleine. Vielleicht weiß, aber da sind auch Gegner auch. Oh Gott, wie sieht das Spiel? Nila-Faith, ich habe Böste Stabilitatoren verloren. Das ist ein zweites Mal. Was? Da ist gar keine Qualität. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Episch. Das ist egal, sei leise. Okay, das ist egal, sei leise. Das teilt der üble wenig nur aus. Das teilt der üble wenig nur aus. Das ist so eine Aufnahme zu hören sein. Ja, okay. Ja. Geil. Ich höre das so laut, wenn ich mit Jeff bei Sky blabe. Oh, das sieht episch aus. Guck, so sieht es... Doch, so sieht es auch episch aus, aber so sieht es episch aus. Du weißt gar nicht, du weißt gar nicht, wie ich bin stabil? Äh, X ist nach oben fliegen, A ist nach oben fliegen. What the heck? Wieso heck? Wenn man das auch so sagt. Man sagt nicht nur what the hell, man sagt auch what the heck. Oder sagt man nur wir in der Klasse, weil wir hake sagen. Nein, nein. Das ist ja 40. Nein, das ist ja 40. Adjok, ich weiß, wie ist es wieder mit dir enttäuscht? Du bist in der Gegend, dass du nicht anstiegst. Ich kenn mich nicht. Was ist dein Motto? Nicht anstrengen oder was? Nein, das ist dein Motto. Das ist dein Motto. Das ist dein Motto. Ja. Achso. Jetzt nicht so machen, ich mach den Motto. Oho. So geht das nicht weiter. Was du jetzt? Aber hey, volles Arschlauch, wie so flack ist. In der Gegend ist das so Zeug. Was weiß. Hast du noch deinen schon mal? Nee. Wo und wann? In der Physik noch. Ah, kein Speise mehr. Genau. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. Aber egal. Nee, ernsthaft. Ich hab noch die Sitzung. Was ist das? Das ist kaputt, Mann. Ich weiß nicht mal, was mich da abschießt. Das obere Teil, glaube ich. Oh, das ist mal. Oh, das ist kaputt, Mann. Ich weiß nicht mal, was mich da abschießt. Das ist kaputt, Mann. Nee, nee. Dich doch nicht. Oben, oben. Du bist kaputt, Mann. Du musst mich als Beispiel nicht über eins mieten, wenn du siehst. Es ist ja, aber ich werde bei Hart muss voll aufpassen. Wie ist er? Der benotet Geeper ist voll schlimm. Sam, der Tunnel ist blockiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Ich habe eine Alternative gekämpft. Aber... Geht in Casualties! Mason, wir brauchen Sie! Kein Zeit, Sam. Ich schau dir! Was ist denn jetzt? Witzig? Ja, komm, wir zeigen die mir das an, Mann! Das war jetzt schon wieder so, was... Was machst du denn? Wieder so eine perverse Bemerkung, Mann! Die Entwickler haben es voll! Wieso hast du jetzt das? Eng! Da lag der Witz wieder auf der Hand, Martin! Da fängt schon wieder an! Eng! Weißt du nicht, wie der Witz wieder auf der Hand liegt? Schiebst du es nicht? Eng! Ja, eng! Ach du Scheiße, Martin, du hast ja kein Grundwissen in solchen Sachen, oder was? Erklär mal? Eng! Oh, das erkläre ich doch jetzt nicht in dem Video! Sag mal, sag mal! Da gibt es so bestimmte Sachen zu denen, sag mal, dass die eng sind, weißt? Weißt du? Und jetzt kommst du grad auf... Natürlich! Weil der Witz wieder auf der Hand lag! Weil wir es vorhin erst davon hatten! Oh Gott, finde ich schlecht! Weil wir es vorhin erst davon hatten, dass sie in FIFA die ganze Zeit perverse Bemerkungen macht, und der Kommentarator erst... Also bei dem Wort eng, denke ich nicht das Wort an das. Sondern an... Äh, sieh an im Mond! Sieh an im Mond, ehrlich! Kannst du das? Ist es kaputt? Nein! Spongebob! Du denkst an Spongebob, wenn du das Wort eng hörst! Ja! Ich denk mal jeden Wort an Spongebob, sogar bei Tomatuhl! Ernsthaft? Ja, Tomatuhl, klar! What the heck? Schon wieder Bitschkowski! Ich kann dich versteuern! Das sieht jetzt episch aus, ne? Bitschkowski, wirklich! Man, wenn du es schon bist! Nöw! Da ist doch nicht so gut! Du wirst schon nicht so gut! Ja, ja! Wie ist das! Ha raar so gut! ha raar so gut? Ha raar so gut! Du wirst schon nicht mehr so gut! Did du schon nicht mehr so gut? Man muss die Brücke schrotteln, was halt? Ich werd mal erst auf eine Seite draufhalten Wie auf eine Seite? Ja, damit ein Stück schon kaputt ist und nicht durchkommt Mann, Englisch war so scheiße Boah, ich fand's voll einfach, ich hätte nur 2 Minuten Ich dachte, ich hätte nur 3 Minuten Waren wir so mündlich? 2 bis 2 2 Minuten Boah, wirklich Ja Jetzt zieh ich dermaßen automatisch auf die Gegner auf, wenn ich nur ansatzweise da hinziehe Da selber hinziehen Ja, logisch Was ist Plan der Scheiß los? Ja Was ist Plan der Scheiß los? Ein Geheimtunnel Haaa Nein, okay, ich werde mich auf die Seite Der Tunnel ist wieder auf Das ist wirklich sehr schön der Tunnel ist Herr, hier die Dann muss ich auch eine gute Einstellung Schmerzen Ja, das nein Meerdet Ja, wenn du dich losst Pourfüren, dannω Christian Dann mache ich mich auf die Seite sie sind und jetzt sprechen zum haaren bei einer Forderung also mann jetzt die schluss der blutverschmierte mann ich weiß jetzt hier wir hoffen mal also wirklich ich meine das letzte war wirklich lächerlich ja ich meine dass man uns gar nicht hört wir hätten inzwischen sequenzen labern können und so gut wie keiner jetzt mitbekommen ja nicht mein nebenzimmer immer so wir gucken ja ja ich komme gleich also wir gucken jetzt wahrscheinlich noch heute macht es gut wenn ihr das jetzt habt einen schönen abend einen schönen mittag einen schönen morgen hängt davon ab ob ihr arbeitslos seid ob ihr nicht arbeitslos seid ob ihr zur schule gegangen seid ob ihr einen job habt oder irgend sowas so auf jeden fall macht's gut